Hello und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder eventuell sogar das erste Mal mit dabei seid. Ja, willkommen zurück. Bei mir steht die Woche vor meinem Urlaub an, worüber ich mich richtig freue, beziehungsweise nicht mehr ganz eine Woche. Am Samstag fliege ich nämlich im Urlaub. Das heißt, wenn dieses Video online kommt, bin ich bereits im Urlaub. Wer es interessiert, was ich da so mache, der kann gerne bei Instagram vorbeischauen. Ich werde auf jeden Fall viele meiner Instagram-Story dazu posten, wo wir genau sind, was wir den ganzen Tag so machen. Weil ich habe mir gedacht, ich glaube, ich werde das nicht vloggen, einfach weil ich es mal wirklich so als Urlaub ansehen will. Und immer alles zu vloggen und festzuhalten, ist schon manchmal ein bisschen nervig. Deswegen werde ich das nicht filmen, sondern werde das wirklich einfach nur als Urlaub nutzen. Aber ich werde jetzt als allererstes zum Friseur gehen, denn meine Haare sehen aktuell schrecklich aus, beziehungsweise meine Extensions müssen dringend wieder hochgesetzt werden. Das wollte ich jetzt vor dem Urlaub noch machen. Mein Ansatz ist mega rausgewachsen. Ich habe gerade so Ansatzspray drauf. Deswegen sieht man das jetzt nicht so doll. Und ja, meine Haare sind auch gerade nicht so wirklich gestylt, weil ich bin gestern in den krankesten Platzregen gekommen. In Berlin gab es gestern Nacht und gestern Abend super stark Unwetter. Wir haben nämlich erst mal das Deutschland-Spiel, wo wir verloren haben gegen England, im Biergarten geguckt. Und auf einmal wirklich in der exakt 90. Spielminute, also dann, als das Spiel sowieso schon vorbei war, ging der krankeste Platzregen los und mega das Gewitter. Und ja, wir waren von oben bis unten komplett nass. Und ich habe letzte Nacht auch super schlecht geschlafen. Normalerweise stört mich Gewitter eigentlich nie, aber ja, ich hatte letzte Nacht noch voll viele Albträume. Ich habe geträumt, dass eine Freundin gestorben ist. So mega krass irgendwie. Und Winnie hat auch mega Angst vor Gewitter. Der kann das immer gar nicht zuordnen. Und hat dann quietscht dann die ganze Zeit und jault so ein bisschen. Und dann habe ich irgendwann sein Körbchen neben mein Bett geholt, dass er die Nacht bei mir schläft. Und dann ging es auch, also ihm ging es dann auf jeden Fall besser. Aber so viel dazu. Ich werde euch auf jeden Fall in diesem Video auch ein paar Sachen zeigen, die ich mir für meinen Urlaub bestellt habe. Denn ich glaube, viele kennen es, dass man vor dem Urlaub gerne mal so ein paar Sachen kauft. So wie neue Kleider, neue Bikinis etc. Das zeige ich euch auf jeden Fall auch in diesem Video. Aber ich gehe jetzt erstmal zum Friseur und mache mir vorher noch was zu frühstücken. Ja, let's go! Bis zum nächsten Mal. So, wir sind jetzt fertig und ich bin wieder sehr, sehr happy. Wir haben hier heute diesmal vorne, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht, aber hier, das Licht ist jetzt. In der Kamera wirkt das auch alles immer ein bisschen anders als in echt. Aber wir haben hier vorne die Kontur heller gelassen. Weil ich fand, das sah so ein bisschen sommerlicher aus und ja, haben die Extensions wieder hochgesetzt. Und ich mag es sehr, sehr gerne. Ich werde immer nach meiner Haarfarbe gefragt. Das ist natürlich Stephans Rezeptur. Also deswegen, die möchte er auch nicht unbedingt rausgeben, was ich verstehen kann. Aber natürlich, ich packe euch Stephans Instagram-Account unten in die Infobox. Da könnt ihr da einfach mal anfragen, was das für eine Haarfarbe ist und wie das bei euch so kosten würde etc. Aber ich bin wie immer sehr, sehr happy und meine Haare sind jetzt total weich und urlaubsready. Ich bin jetzt wieder zu Hause und guckt mal, wie cool das angekommen ist. Ich wette, die meisten denken, ich bin einfach nur dumm. Aber ich wollte die unbedingt haben. Das ist die Cap aus dem Film, die Monster-Uni. Also wer die Monster-Uni nicht kennt, der tut mir leid. Weil das ist also Monster AG, das kennt jeder den Film. Und der zweite Teil ist ja die Monster-Uni und der hat da diese Cap auf. Und vor allen Dingen auch mit diesem Gekrisselten hier vorne. Und ich habe die neulich auf TikTok bei jemandem gesehen und mir gedacht, wie cool ist dieser Cap. Ich möchte unbedingt diese Monster-Uni-Cap haben. Da habe ich das ganze Internet danach geforscht, nach genau dieser Cap. Und ich habe sie nur in Amerika gefunden und der Versand war so geisteskrank teuer. Und ich glaube, die Cap hat irgendwie nur 20 Euro an sich gekostet, aber der Versand hat irgendwie 30 oder 35 Euro gekostet. Und ich glaube, ich habe jetzt fast 60 Euro für diese Cap bezahlt. Aber es war es mir absolut wert. Ich liebe sie. Ich finde die richtig cool. Und ich bin sogar ziemlich froh, dass die noch vor meinem Urlaub angekommen ist, weil ich wollte die unbedingt mit in den Urlaub nehmen. Aber ja, ansonsten, meine Haare sehen ganz super hell aus hier in der Kamera. Wir haben die Farbe, ist auf einmal die gleiche. Ja, ich bin jetzt wieder zu Hause und ich glaube, ich werde mir jetzt mal meine Nägel schon mal machen für meinen Urlaub. Denn ich habe mir eine neue Neonail-Farbe bestellt. Und zwar Creme Brûlée heißt der Ton. Das ist so ein ganz helles Rosa und ich fand das aber super schön aus. Und ich glaube, das werde ich heute machen. Ich werde mir meine Nails machen und ich überlege die ganze Zeit, was ich mir zu essen jetzt mache. Aber ich habe irgendwie Lust, mir was zu bestellen, sage ich ganz ehrlich. Und ich glaube, ich bestelle mir Sashimi. Weil Sushi hat mir tatsächlich meistens zu viele Calories. Und Sashimi ist da schon so ein bisschen besser, weil der Reis hat viele Kalorien. Lachs hat zwar auch an sich viele Calories, aber die hat ja auch viele gute Fette. Lachs ist ja sehr, sehr gesund. Und deswegen verstehe ich mir super gerne Sashimi. Also einfach nur den Lachs an sich. Das gibt mir auch schon das Feeling. Finde ich auch schon geil. Aber ich bin so verliebt in diese Cap. Ich finde die so cool. Also da, wo ich sie jetzt bestellt hatte, da ist sie jetzt mittlerweile sogar schon ausverkauft. Wahrscheinlich habe ich die letzte erwischt oder so. Keine Ahnung. Aber ja, wenn ihr die auch haben wollt, falls ihr es jemand auch so cool findet wie ich, dann müsst ihr euch wirklich, ich glaube, ihr müsst echt eine Weile suchen. Weil in Deutschland gibt es die leider nicht. In Deutschland gibt es die nur für Kinder. Und da sieht die nicht so aus. Da sieht die ein bisschen blöder aus. Weil das ist die Original-Cap aus dem Film. Ich gehe jetzt noch, weil wir haben es jetzt abends. Es ist jetzt gleich 20 Uhr. Und ich mache das jetzt neuerdings so, weil in letzter Zeit ist es sehr, sehr warm bei uns hier in Berlin. Und ich gehe mit Vinny immer so eine große Runde jetzt so abends. So im Sonnenuntergang. Da gehen wir dann meistens irgendwie so eine Stunde spazieren. Aber ich glaube, wir gehen jetzt Skateboard fahren. Eine Freundin kommt gleich noch mit. Und das ist jetzt irgendwie immer so der Golden Hour. Das ist am schönsten. Weil das ist auch nicht mehr ganz so heiß. Und das ist aber trotzdem noch angenehm. Und deswegen, das machen wir jetzt. Ja, so mehrere Tage. Hallo Leute. Ich weiß übrigens, heute ist jetzt schon mittlerweile der nächste Tag. Ich habe heute den ganzen Tag noch nicht geblockt, weil mir nicht so viel Spannendes passiert ist. Ich war heute Morgen im Fitnessstudio und jetzt bin ich mit Julian. Wir sind gerade in einem Restaurant und es ist voll schön. Wir sitzen nämlich direkt an der Spree und wir suchen uns jetzt was zu essen aus. Guck mal, wie schön es hier einfach ist. Es ist so pretty. Wir sind hier im Freischwimmer in Berlin und man sitzt hier quasi direkt an der Spree. Und natürlich... Das ist auch ein bisschen Wasser Europas. Ja, Vinny ist natürlich auch mit dabei. Wir haben jetzt jetzt was zu essen bestellt und warten und genießen unser Leben. Wir haben Hunger. Ich auch. So, wir haben mittlerweile den nächsten Tag. Und ich habe den ganzen Tag heute tatsächlich bisher nur gearbeitet. Es ist absolut nichts Spannendes passiert. Aber ich habe mir gerade Essen gemacht und ich habe mir gedacht, ich zeige euch das nochmal. Aber ich habe mir, da seht ihr es, jetzt Abendessen gemacht und ich wollte mir eigentlich Lachs kaufen. Vorhin habe ich dann aber bei Aldi gesehen, dass es Thunfischsteaks gab. Und ich habe das noch nie ausprobiert. Ich habe mir gedacht, das sieht ganz gut aus. Das nehme ich mal mit. Und habe mir jetzt hier Thunfischsteaks, habe Ida Mame, Tomaten, Blumenkohl und Spinat. Sieht sehr gesund aus, ist auch sehr gesund. Aber wie hatte ich da heute Bock drauf? Ich hatte heute nicht so Lust auf was schweres abends. Deswegen habe ich mir jetzt das gemacht. Oh mein Gott. Good morning, Leute. Wir haben jetzt mittlerweile den nächsten Tag und der Postbote hat schon sehr, sehr früh bei mir in der Tür geklingelt. Um 7.30 Uhr. Und es ist etwas ganz Besonderes angekommen. Denn Oskar Arten hat jetzt eine Kollektion mit Love Cosmetics rausgebracht. Und ich bin richtig, richtig stolz auf ihn. Oskar und ich, wir kennen uns ja auch privat sehr, sehr gut. Also wir sind privat sehr eng befreundet. Und deswegen bin ich umso stolzer. Und sie ist hier. Es sieht alles so cool aus. Ihr habt das ja gerade schon gesehen beim Auspacken. Und wie cool ist auch einfach dieser Deckel. Er hat das alles selbst gemalt und selbst designt. Und das ist einfach so Oskar. Ich finde das so, so cool. Die ganze Box ist einfach richtig nice, wo das drin war. Ich glaube, die behalte ich auch definitiv. Die ist zu schade zum Wegschmeißen. Und hier ist es, ich denke mal, das Hauptding der ganzen Kollektion. Seine Palette. Und die sieht einfach so sick aus. Richtig, richtig crazy. Was ich geil finde, ist, dass hier auch diese beiden braunen Töne mit drin sind. Ihr wisst, ich liebe braunen Töne. Und dass man damit nicht nur die Möglichkeit hat, wirklich so richtig kranke Looks zu machen, sondern halt auch so ein bisschen natural gehen kann. Das finde ich halt mega nice. Und diese Neon Shades hier sind richtig geil. Vor allem in dem PR-Paket war auch so eine UV-Taschenlampe drin. Und da sieht man einfach, dass diese Shades nämlich im UV-Licht richtig geil neon leuchten. Und ich finde das einfach nur mega, mega cool. Also die Palette ist wirklich wunderschön. Also ich finde sie, ich glaube, die nehme ich auch mit in Urlaub. Ich finde die einfach richtig, richtig geil. Weil das ist so eine Palette, damit hat man voll viele Möglichkeiten. Ich finde auch die Blautöne hier richtig, richtig geil. Und auch diese beiden Schimmertöne. Und dass hier ein schwarzer Palette ist. Ihr wisst, ihr kennt meine Meinung dazu. I love it. Die ist einfach nur richtig, richtig, richtig pretty. Und hier ist auch ein Spiegel drin. Das finde ich auch sehr geil. Dann haben wir aber noch mehrere Sachen in der Kollektion. Wir haben hier einmal einen Graphic Eyeliner. Und so wie ich Oskar kenne, der benutzt ja immer Eyeliner. Der gehört zu seinem Daily Look mit dazu. Ähm, ist der auch wahrscheinlich sharp as fuck. Ja, ihr seht's. Ich weiß nicht, sieht man's. Ja, bestimmt. Ja, geil, Alter. Doch, der ist richtig nice. Der hat voll die schöne, weiche Spitze. Ich liebe auch solche Eyeliner. Das finde ich, sind für mich die besten. Und eine Eyeshadow Base ist auch mit drin. Richtig geil. Ich weiß, dass Oskar halt vorher immer eine weiße Eyeshadow Base benutzt hat. Weil die halt von der Qualität her den Lidschatten auch am besten rausbringt. Und ja, sie ist auch weiß. Und sie ist richtig creamy. Und sie ist so ein bisschen sticky, was ich voll geil finde. Weil ich finde, dann haftet der Eyeshadow so ein bisschen besser, wenn die Eye Base so ein bisschen sticky ist. Und nicht sofort weg trocknet zum Beispiel. Und dann haben wir hier noch wunderschöne Lashes drin. Die finde ich auch so, so unfassbar schön. Hier seht ihr die Lashes mal so ein bisschen näher. Das sind so richtig schöne Feder-Lashes, die so ein bisschen Cat-Eye-mäßig auch sind. Weil sie vorne im Auge ein bisschen kürzer sind als dann hinten. Ich persönlich liebe Cat-Eye-Lashes. Ich finde, das sind die schönsten. Also wenn ich Wimpern entworfen hätte, würden die wahrscheinlich genauso aussehen. Und ich finde die einfach nur richtig schön. Aber die Palette, ich muss die jetzt auch noch mal swatchen. Die Palette, boah, die Farben sind richtig buttery und smooth. Und es ist einfach nur richtig geil. Wie nice, wie intensiv sehen diese Töne bitte aus. Ich mache die jetzt hier einfach mal auf die Eye-Base rauf. Das sieht einfach nur so geil aus. Ohne Scheiß. Ich glaube, ich werde die Palette richtig, richtig lieben. Also wie gesagt, die kommt safe mit in meinen Urlaub. Ich habe euch die Kollektion nochmal unten in der Infobox verlinkt. Ich hoffe, dass sie am Sonntag noch verfügbar sein wird, wenn das Video hier online kommt. Aber ich finde, sie sieht einfach nur mega krass aus. Also ich liebe es einfach wirklich. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich, Oskar. Damit geht auch mein Shoutout an dich raus. Wirklich. Ich bin sehr, sehr proud, dass du das geschafft hast. Und dass du diese tolle Kollektion mit Love Cosmetics hast. Und das sieht einfach nur alles mega geil aus. Wie gesagt, ich bin auch richtig einfach von diesem Packaging. Das sieht so nice aus. Voll nice. Also die kam wirklich in dem perfekten Timing noch an. Ich hatte gehofft und mir gedacht, ah, vielleicht kommt sie ja noch vor dem Urlaub an. Dann kann ich sie mitnehmen. Also richtig geil. Den Eyeliner, den nehme ich sowieso safe mit. Und die Eye-Base auch. Und die Wimpern auch. Also ich nehme einfach die ganze Kollektion mit in den Urlaub. Das wird richtig nice, wenn wir da mal irgendwie abends essen gehen oder so. Und dann irgendwie ins Schick machen. Dann kann ich die Kollektion auf jeden Fall perfekt verwenden. Aber des Weiteren, das Licht ist gerade sehr rot bzw. sehr warm hier. Die Lampe, die da hinten steht, die ist sehr, sehr warm. Damit müsst ihr jetzt kurz leben. Aber des Weiteren, heute ist schon Freitag. Ich freue mich richtig doll, denn morgen früh geht es los. Unser Flug geht sehr, sehr früh. Also ich glaube, wir müssen irgendwie hier schon um 5 Uhr irgendwas losfahren, weil unser Flug um kurz vor 8, glaube ich, geht. Und da wir alle noch nie an dem neuen Flughafen in Berlin waren, müssen wir da auf jeden Fall 2 Stunden vor Abflug hin. Also so hatte man ja sowieso. Aber da definitiv. Und Vinny, der da gerade noch hinten auf der Couch sich putzt, den gebe ich heute Abend bei meinen Eltern ab. Der ist über der Zeit bei meinen Eltern. Meine Eltern lieben Vinny auch so in den Tod. Vor allem für unseren Familienhund Amy. Der ist ja vor ca. 3 Wochen leider Gottes erst verstorben. Und denen geht es halt selber seitdem nicht so gut. Und ich glaube, die freuen sich voll, dass dann halt mal wieder so ein Hund im Haus ist. Und na klar, Vinny, kannst du vielleicht dich nicht im Video putzen? Das wäre ganz toll. Das sieht ein bisschen komisch aus, was du da gerade machst. Und deswegen, ich glaube, die sind ganz froh, wenn dann mal wieder so ein bisschen Leben im Haus ist. Und ja, wie gesagt, die lieben Vinny ja auch total und sind ganz verliebt in ihn. Und der kommt in der Zeit dann zu ihm. Vor allem Vinny, ich war noch nie so lange von Vinny getrennt. Aber ja, ansonsten geht es jetzt heute ans Kofferpacken. Ich wollte euch ja jetzt noch die Dinge zeigen, die ich mir dann gekauft habe vor Mallorca. So, ich zeige euch jetzt, was ich mir gekauft habe. Und zwar habe ich mir als allererstes diese wunderschönen S-Bandrilles. S-Bandrilles, ich spreche mal das aus, ich weiß das nicht genau. Ich finde die so, so schön. Die sind von Karl Lagerfeld. Die gibt es schon seit ein paar Jahren. Und ich wollte mir die immer holen und dachte mir so, ah, nee. Weil die waren mir, also die kosten, die haben damals, glaube ich, 120 gekostet ungefähr. Und da habe ich mir mal gedacht, oh ja, ich bin so ein Kandidat. Ich laufe S-Bandrilles immer in den Tod. Also ich, bei mir halten die meistens nur in der Saison, weil ich die wirklich dann 24-7 im Sommer anhabe. Weil ich finde, das sind super bequeme Schuhe. Und da habe ich mir gedacht, ah, das sind irgendwie, da habe ich mir dieses Jahr aber gedacht, ah, die passen irgendwie schon so zu Mallorca. Und ich finde die so an sich richtig hübsch. Die gibt es auch noch in Schwarz. Und deswegen habe ich mir die gekauft. Und die war noch reduziert, da wo ich sie gekauft habe. Dann habe ich mir tatsächlich eine GoPro besorgt. Da bin ich richtig gespannt, wie die ist. Ich habe jetzt hier nicht die neueste, sondern die 7er. Und bin sehr, sehr gespannt, wie die ist. Es war die neueste, ist ja die GoPro 9. Ich habe auch erst überlegt, ja, hole ich mir die neueste. Habe ich mir mal so Erfahrungsberichte durchgelesen. Jetzt, glaube ich, im Endeffekt bereue ich es schon. Weil ich habe die jetzt schon seit ein paar Wochen. Aber jetzt im Endeffekt bereue ich es, glaube ich, doch, dass ich mir nicht die neueste geholt habe. Weil die neueste hier halt noch so einen Bildschirm hat, wo man sich dann auch quasi selbst sieht beim Film. Aber für den Urlaub habe ich mir gedacht, da reicht das jetzt vollkommen aus. Dann habe ich mir hier noch so ein Stativ geholt. Und das Coole ist, die ist ja auch wasserfest. Und damit will ich eigentlich nur so für private Zwecke so ein bisschen filmen, so ein paar Erinnerungen festhalten. Und da ist die auf jeden Fall vollkommen ausreichend, weil die 7er auch in 4K filmt. Und da ist mir die Auflösung halt ganz wichtig. Also die neue, die GoPro 9, die filmt, glaube ich, in 5K sogar. Also die ist richtig krass. Aber ich habe mir jetzt für den Urlaub erst mal die geholt. Und ja. So, dann. Ich werde immer gefragt, wo kaufe ich denn meine Badeanzüge, Bikinis etc. Und ich muss sagen, ich finde, dass bei H&M gibt es dieses Jahr gerade für etwas, also für meine Körbchengröße. Ich habe Körbchengröße D. Da gibt es dieses Jahr, finde ich, ganz gute Bikini-Oberteile. Und da habe ich mir welche gekauft. Ich zeige die euch jetzt nicht angezogen, weil das dann noch so ein bisschen too much wäre hier fürs Video. Ich muss mal ein bisschen zurückgehen. Und zwar, ich finde die so, so hübsch. Das sind, ja, ganz normale Triangle-Bikinis. Aber was ich bei denen so toll finde, ist, dass die hier unten diesen breiten Bund haben. Was finde ich bei mir persönlich zumindest, gerade wenn man so curvy ist, so ein bisschen schmeichelnd immer aussieht. Und sehr vorteilhaft für die Figur, sagen wir es mal so. Weil bei mir ist es immer dann so, wenn das so einen ganz dünnen Bikini-Streifen hat, dass die dann immer, wenn ich irgendwie, wenn ich mal nicht wie eine 1 da sitze, sieht das immer so ein bisschen abgequetscht aus. Deswegen finde ich, mag ich hier diesen breiten Bund richtig gerne. Ich habe mir den auch noch in einer anderen, also in drei anderen Farben bestellt. Hier habe ich ihn nochmal in gelb bestellt. Den fand ich auch schön. Und ich habe mir den noch in so einem Kaki-Ton bestellt. Aber der liegt jetzt gerade irgendwo. Ich weiß gerade nicht, wo der ist. Aber den finde ich auch super, super schön, den Ton. Und dann habe ich mir noch ein Bikini-Oberteil, aber nicht bei H&M gekauft, sondern bei Primark. Ja, ich weiß, Primark ist nicht so gut. Ich bin da neulich nur hin, weil ich Lichterketten brauchte, so 2 Euro. Also diese Batterielichterketten. Und ich da gerade in der Nähe war, dann habe ich dieses Bikini-Oberteil gefunden. Und ich fand das so süß, weil das hat hier so einen sehr, sehr festen Bügel in der Mitte. Die sind ja jetzt auch voll modern, diese Bikinis, die hier diesen Bügel haben. Und ich dachte erst so, ah, so bei größeren Bubis könnte das mit dem Bügel vielleicht ein bisschen doof sein. Aber gar nicht, weil ich finde den, also bei mir sitzt der super. Dazu gibt es auch noch das passende Höschen. Ich hatte, wollte aber jetzt nicht, also ich mochte das Höschen von der Form her nicht, was es dazu gab. Deswegen habe ich das nicht mitgekauft. Aber das Schöne ist, bei Bikinis, man kann die ja auch mit allen möglichen Höschen kombinieren, die man hat. Und deswegen, ich finde den auch super, super schön. Ich habe aber massenhaft Badeanzüge und Bikinis. Also damit kann ich mich wirklich totschlagen. Bei H&M gibt es auch sehr, sehr schöne, so hoch ausgeschnittene Badeanzüge, die an der Taille so sehr hoch ausgeschnitten sind. Finde ich auch super schön. So, dann habe ich mir das erste Mal tatsächlich was Belle Savage X Fenty bestellt. Und wer mich auf Instagram verfolgt, der wird das schon gesehen haben, weil ich habe auch schon ein Bild damit hochgeladen. Und zwar dieses hübsche Korsett. Ich finde das so unfassbar schön. Das ist das erste Mal, dass ich da bestellt habe. Das passt wie angegossen. Hätte ich nicht gedacht. Ich war, ich habe das wirklich so auf gut Glück bestellt. Und habe mir gedacht, I need it. Ich möchte das haben und ich finde es einfach nur richtig schön. Das werde ich auch mit in den Urlaub nehmen, weil, ja, ich finde, wenn man, also ich finde, das ist so ein Korsett, wenn man da so zum Beispiel so Nippelcover trägt. Dass man vielleicht jetzt nicht unbedingt durchsieht. Finde ich, kann man das eigentlich auch zu so einem weißen Rock oder so im Sommer anziehen. Ja, das sind schon sehr gewagt. Aber im Urlaub ist man ja bekanntlich ein anderer Mensch, ne? Also ich zumindest. Auf jeden Fall fand ich das richtig, richtig schön. Das sitzt mega gut, aber ich glaube, das ist schon fast ausverkauft. Aber bei Savage X Fenty, da kommen ja immer wieder super viele neue Kollektionen rein. Die haben ja ständig neue Sachen. Und auch immer super schöne Sachen. Deswegen, also ich werde auf jeden Fall da öfters bestellen. Dann, was auch nicht in meinem Koffer fehlen darf, ist natürlich eine Einwegkamera von DM. Die habe ich mir auch nochmal neu geholt. Ich finde das, wie gesagt, das hatte ich in meinem DM Summer Must-Haves Video. Da habe ich das auch schon erwähnt, dass das mit bei meinen Summer Must-Haves dabei ist. Weil ich finde, damit macht man einfach die besten und originellsten Fotos und hält wirklich Momente fest. Deswegen finde ich das super schön. Und bei Asos habe ich natürlich auch noch bestellt. Und zwar habe ich bei Asos einmal diesen super süßen kleinen Rock bestellt. Das ist für mich einfach nur so ein, der sitzt auch ganz, ganz locker und leicht. Nur das ist für mich so ein typischer Strandrock, wenn man mal irgendwie am Strand chillt und dann, wenn wir mal kurz, weiß ich nicht. Dann heißt es so, ja, ich habe Durst. Wollen wir kurz ein Eis und Getränke holen? Ja, okay, lass uns schnell dahin gehen zum Beach-Shop. So ein Rock ist das für mich. Dass man sich einfach nur kurz irgendwas überwirft. Man hat das Bikini-Oberteil noch an, zieht einfach nur den Rock an und geht da schnell irgendwo hin. Das ist für mich einfach nur so ein typischer Strandrock. Ich habe den jetzt hier in einer 42. Das ist meine aktuelle Kleidergröße. Und ja, ich finde den richtig süß, weil ich den einfach so vom Muster her total niedlich fand. Und zwar habe ich mir diese kleine Tasche hier bei Drunk Elephant bestellt, bei Douglas. Ich habe da jetzt aber auch schon unter anderem mein Shampoo reingemacht. Das habe ich mir so abgefüllt. Die Dinger, die gibt es ja auch bei DM, wo man sich so Sachen abfüllen kann. Und ich fand das aber deshalb so toll, weil hier, also erstens kriegt man dieses hübsche kleine Tasche dazu. Ich fand das voll cool, weil das halt so neonfarben ist. Und hier sind sämtliche Drunk Elephant-Produkte in so Mini-Versionen. Das finde ich so cool. Und ich benutze ja, ich liebe ja Drunk Elephant und benutze und liebe deren Produkte. Und hier haben wir zum Beispiel einmal so eine Feuchtigkeitscreme in Mini. Wir haben hier einen Shampoo. Hier war auch irgendwo ein Conditioner. Das ist ein Cream Body Cleanser. Hier haben wir die Body Lotion. Die benutze ich, die habe ich auch in groß. Die benutze ich auch super, super gerne. Die riecht so ein bisschen nach Mandel. Und da waren noch viel, viel mehr Produkte drin. Da war dann noch so ein Kamm drin. Dann war da so ein Tangling Spray. Einen Kopfhaut Peeling. Also voll viele Sachen. Und halt alle in so Mini-Produkten und in so Mini-Versionen. Und das finde ich richtig, richtig praktisch. Weil ich mag, wie gesagt, ich liebe die Produkte von Drunk Elephant total. Ich liebe sie. Und da fand ich das super praktisch. Und jetzt habe ich hier auch schon meinen Mini-Versioner reingepackt. Eine Zahnbürste, Haargummi. Und ja, das Shampoo von denen habe ich noch nicht ausprobiert. Aber ich nehme trotzdem mein Shampoo mit. Da hier ist mein Google Shampoo abgefüllt. Ihr wisst, ich liebe und schwöre auf Google Shampoo. Und deswegen habe ich mir das hier schon abgefüllt. Und ja, aber ich fand das, wie gesagt, super praktisch. Und ich finde, das sieht alles sehr sommerlich aus mit diesen Produkten. Und deswegen habe ich bei Douglas ergattert. Und das werde ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Aber ja, das war hier mein kleiner, was nehme ich mit in Urlaub Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Generell endet das Video jetzt hier an dieser Stelle. Wie gesagt, wenn ihr dieses Video seht, dann bin ich schon im Urlaub angekommen. Da habe ich gestern schon den ganzen Tag verbracht. Wer mir noch nicht auf Instagram folgt und das interessiert, was ich jetzt im Urlaub mache, kann natürlich sehr, sehr gerne bei Instagram vorbeischauen. Ich halte dort alles in meinen Storys fest. Und da seht ihr auch immer wieder neue Posts und neue Bilder. Und da werdet ihr vielleicht die Sachen, die ich euch gezeigt habe, auch in Action sehen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe an dieser Stelle, euch hat der Vlog gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn dies so ist. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche bei einem neuen Video wieder. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!